hallo meine lieben und zwar machen wir heute etwas anderen talk und zwar das einmal an ein anderes video wir schauen was ich die letzten drei tage letzten drei tage gemacht habe und zwar habe ich geprüft ob so ein bild fertig gepaintetes bild fertig versiegelt auch an warmen stellen gut aufzuhängen ist ohne dass die steinchen verrutschen oder sich das bild verändert das ergebnis seht ihr gleich im anschluss das heißt ja viel spaß mit dem video und clip ab das bild über eine warme quelle zu hängen wir hängen das direkt hier unten hin am besten direkt an die ergebnis kriegen ob die steine verrutschen oder nicht wir machen jetzt einmal die heizung an am besten rische schon volle bullen und dann warten wir ab ob dieses bild die steine verrutschen oder was auch immer wird wir damit bezwecken wollen nämlich ein bild über eine warme quelle zu hängen heizung die wand über die heizung und ja wir schauen einfach mal und das ergebnis bekommt ihr stückweise von mir im youtube ich mache das video komplett in youtube macht video teile das heißt es gibt mehrere abschnitte die ihr in jetzt in diesem kompletten video dann sehen werdet ich sage schauen wir mal wie das nachher aufsehen wird ihr werdet es dann gleich absehen so tag zwei und zwar haben wir die heizung immer noch an und wie ihr seht alles beim alten sieht immer noch so aus wie vorher dann warten wir morgen auf tag drei da werdet ihr dann wieder zu hören kriegen ob sich was getan hat bis jetzt seht ihr selber alles noch gut oder fokus und so alles noch super nichts verrutscht deswegen sag ich jetzt schauen wir mal tag zwei alles top wir gucken nach tag drei ja meine lieben wir haben jetzt tag drei und wie ihr seht ist es alles wunderbar nichts verrutscht gar nichts alles beim alten mega also ich glaube brauchen tag vier gar nicht weil die heizung läuft wirklich auf volle pulle und da bewegt sich gar nichts das heißt meine lieben wir haben ein endergebnis und zwar auch an warmen plätzchen kann man diese bilder aufhängen ohne dass was verrutscht das ist versiegelt zwar schlecht versiegelt wie man sieht milchig aber es ist versiegelt und ja heißt heizung volle pulle und ja funktionieren das ist doch geil ich freue mich und ich sage mal ciao bye bye bis zum nächsten video ja cool oder und zwar haben wir da einmal gesehen wie es sein kann drei tage lang heizung drei tage lang heizung auf volle pulle ich habe hier geschwitzt für euch ihr lieben ich habe wirklich geschwitzt für euch und das coole ist es ist nichts passiert also ihr könnt die bilder auch wenn die fertig versiegelt sind und soweit fertig gemacht sind auch an warmen stellen also das heißt über eine heizung hängen also oder an in der küche am herzen oder so also das wird daumen hoch bis jetzt habe ich keine probleme es kann natürlich sein mit dem herzen dass er noch mal extremer sind noch mal etwas wärmer ist aber ich habe jetzt hier bei der heizung habe ich ein top ergebnis es ist nichts verrutscht es ist nichts passiert und ja ich sage damit bis zum nächsten video seid gespannt ciao bye bye ciao